Buch. Investieren Sie in Tansania. Besuchen Sie Tansania. Autor. Celso Salas. Schriftsteller, Forscher, kultureller und sportlicher Artikulator. Aktivator politischer Strategien und Austausch afrikanischer Länder mit der Welt. Tansania, offiziell die Vereinigte Republik Tansania, ist ein Land in Ostafrika innerhalb der afrikanischen Region der großen Seen. Es grenzt im Norden an Uganda, im Nordosten an Kenia, im Osten an die Kumoren und den Indischen Ozean. Mosambik und Malawi im Süden, Sambia im Südwesten und Ruanda, Burundi und die Demokratische Republik Kongo im Westen. Der Kilimanjaro, Afrikas höchster Berg, liegt im Nordosten Tansanias. Nach Angaben der Vereinten Nationen hat Tansania eine Bevölkerung von 63,59 Millionen und ist damit das bevölkerungsreichste Land südlich des Äquators. Tansanias Bevölkerung setzt sich aus etwa 120 ethnischen, sprachlichen und religiösen Gruppen zusammen. Der souveräne Staat Tansania ist eine präsidiale Verfassungsrepublik und seit 1996 ist seine offizielle Hauptstadt in der sich das Büro des Präsidenten, die Nationalversammlung und alle Regierungsministerien befinden. Dar es Salaam, die ehemalige Hauptstadt, hat die meisten Regierungsbüros und ist die größte Stadt, der wichtigste Hafen und das führende Handelszentrum des Landes. Tansania ist de facto ein Einparteienstaat mit der demokratischen sozialistischen Schama-Chama-Pinduzi-Partei an der Macht. Tansania ist gebirgig und dicht bewaldet im Nordosten, wo sich der Kilimanjaro befindet. Drei der großen Seen Afrikas liegen teilweise in Tansania. Im Norden und Westen liegen der Viktoriasee, Afrikas größter See, und der Tanganyika-See, der tiefste See des Kontinents, der für seine einzigartigen Fischarten bekannt ist. Im Süden liegt der Malawi-See. Die Ostküste ist heiß und feucht, mit dem Sansibar-Archipel direkt vor der Küste. Das Manai Bay Conservation Area ist Sansibars größtes Meeresschutzgebiet. Die Colombo-Falls, am Colombo-River an der sambischen Grenze gelegen, sind der zwei höchste ununterbrochene Wasserfall Afrikas. Das Christentum ist die größte Religion in Tansania, aber es gibt auch bedeutende muslimische und animistische Minderheiten. In Tansania werden über 100 verschiedene Sprachen gesprochen, was es zum sprachlich vielfältigsten Land Ostafrikas macht. Das Land hat de Jure keine Amtssprache, obwohl die Landessprache Swahili ist. Swahili wird in parlamentarischen Debatten, in den unteren Gerichten und als Unterrichtsmedium in der Grundschule verwendet. Englisch wird im Außenhandel, in der Diplomatie, vor höheren Gerichten und als Unterrichtsmedium in der Sekundar- und Hochschulbildung verwendet. Obwohl die tansanische Regierung plant, Englisch als primäre Unterrichtssprache einzustellen, wird es als optionaler Kurs angeboten. Ungefähr 10 Prozent der Tansanier sprechen Swahili als erster Sprache und bis zu 90 Prozent sprechen es als zweiter Sprache. Tansanias wichtigste Exportindustrien sind Landwirtschaft, Bergbau und Tourismus. Ein erheblicher Teil der Bevölkerung ist in der Landwirtschaft beschäftigt. Längerfristig werden Tansanias bedeutende Gasreserven voraussichtlich erhebliche Exporterlöse generieren. Andere wichtige Wirtschaftszweige sind Bauwesen, Finanzdienstleistungen, Fertigung, Telekommunikation und Versorgungsunternehmen.